Seit sieben Jahren setzen wir im Nationalrat ein, für sichere Arbeitsplätze, für finanzierbare Sozialversicherungen, für erneuerbare Energien, aber auch für eine gute internationale Vernetzung der Schweiz. Ich möchte mein Engagement gerne weiterführen im Ständerat und freue mich und freue mich, dass wir die Vertrauen schenken, um am 30. Februar für unsere Ständerat. Klar, fair, verlässlich, Christa Marc-Falber, unsere Ständerat. Ich danke Ihnen für Ihren Unterstützung und ich will mich für alle Konten des Berges, auch für den Jura Bernouin und Kupien. Vielen Dank! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020